willkommen zu frequent traveler tv heute wieder eine frisch gepresste folge aus talen wo wir ja am anfang märz einen stammtisch haben natürlich und auch im wochenende wir werden dort auch in diesem hilton hier sein ihr seht hinter mir so ein bisschen die stadt noch wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt dann schaut euch die folge an vom meilen mittwoch aber an einem samstag wenn ihr kanalmitglieder seit business class aufwärts dann könnt ihr das nämlich auch schon jetzt schauen abgesehen davon ganz wichtig an dieser stelle die themen ja frisch gepresst und zwar lufthansa vorstand warum wird der vorstand jetzt umgebaut warum wird er gerade so umgebaut weil so etwas gab es ja so sagt man noch nie das waren die fragen ich hatte heute auch wieder calls zum thema meilenpunkte status wo man sammeln soll oder us-kreditkarten auch nachdem wir ja gestern das thema mit den us-kreditkarten hatten und auch in dem meilen mittwoch am samstag haben wir ja auch erst mal ein thema wo man 15.000 word of height punkte absahnen kann besprechen wir deshalb das thema aufgenommen wieder dann haben wir das thema erfonds trippe 7 beschmiert worden von greenpeace aktivisten gericht hat geurteilt da gibt es mehr als nur ein euro die erfonds als schadensersatz gefordert hat dann swiss das eigene wasser attitude was war 11 50 altitude schuldigung ich sage mal attitude ist geschichte es hat kein eigenes wasser mehr man hat das eingestellt und dann lufthansa bietet jetzt 48 stunden lang eine preisgarantie die man allerdings bezahlen muss ich erzähle euch warum das quatsch ist und flugzeuge fliegen mit schallgeschwindigkeit über den atlantik moment die concorde gibt sie erkläre ich euch es ist keine echte echte schallgeschwindigkeit aber es ist schon über schallgeschwindigkeit aber ich erkläre euch warum das ganze das erste thema gehen wir direkt ein lufthansa vorstand warum wird der lufthansa vorstand jetzt umgebaut und da gucken uns doch mal die einzelnen protagonisten einfach mal an und zwar fangen wir an mit der situation grundsätzlich karsten sport kann happy sein er hat ja volle flugzeuge hohe ticketpreise ein traum eines jeden managers die gewinne sprudeln die knete kommt man hat also keinen stress aber wenn man jetzt mal guckt kai ludwig clay hat beim vorstandsumbau den klaren schnitt gewählt und hat statt vier scheine manager die man da hat die die verabschieden man quasi tag tag im minuten takt hier ist es jetzt monatstakt das erste das erste opfer wenn ich jetzt mal so sagen will ist der kollege vom finanzen remko stehenlagen der ist ja von der swiss vor drei jahren gekommen der ist aber auch unumstritten gewesen deshalb wundert das etwas aber er hat einen besser dotierten posten bekommen man sagt nicht welchen aber wichtig der hinweis er kriegt mehr geld also ist er quasi weg gelobt worden warum auch immer dann gehen wir auf den kollegen kaiser ein der kollege kaiser war da auch der war für vorstand für flotte und technologie ich persönlich habe mit ihnen keinen kontakt gehabt kennen auch ehrlicherweise nicht kann dazu auch nicht wirklich viel sagen harry hohmeister auch aus swiss zeiten den kenne ich der ist ja für globale märkte und netzmanagement bei der lufthansa gruppe dann in frankfurt gewesen er hat aber jetzt so fast die magische grenze des 60 jährigen und jetzt sagt 60 jahren ja 60 jahre bei lufthansa heißt man geht das ist so ein ungeschriebenes lufthansa gesetz dass man mit 60 sich verabschiedet aus dem konzern und dann haben wir noch die kollegin christina förster die ja auch die einzige frau war die geht im gegenseitigen einvernehmen vergessen hatte ich erzählt der vertrag lief noch bis 20 27 28 glaube ich aber sie ist halt wirklich die verantwortlich auch für customer experience und die customer experience ist das was gerade bei einer premium airline besonders wichtig und da hat lufthansa verkackt ja ihr könnt ja selber einfach mal gucken und in euch hineinhorchen und schauen auch die kommentare wenn ihr seht ja fünf sterne airline bla 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 man macht sich ja darüber lustig man hat dann bei skytrex vier sterne wieder bekommen nachdem man ja den fünften stern für etwas bekommen hat was bis heute noch gar nicht fliegt also alle gris muss beim namen zu nennen und christina förster ich persönlich finde es schade ich kenne sie ja ich fand sie immer amüsant und habe sie auch geschätzt sie hat aber auch etwas gebracht was relativ cool war das sind die green fairs und die green fairs funktionieren und da hat sie halt geliebt und delivered aber sie hat halt nicht bei der customer satisfaction geliebt und wenn ich die kommentare heute aus den telefongesprächen oder aber auch aus den nachrichten oder auch aus den kommentaren unter dem beitrag sehe dann haben die leute hat gesagt ja lufthansa ist halt nicht premium call center zum beispiel die kabine ist veraltet also all das was zu einer premium airline allein gehört ist da nicht in angriff genommen worden und da muss man dann halt leider fakten schaffen muss dann sagen okay du musst gehen und ich glaube auch dass hier ein goldener handschlag gegeben worden ist sie war ja auch glaube ich von mckinsey also zumindest von der beratungsgesellschaft ich das richtig habe und kaiser glaube ich war auch von der beratung irgendwo her aber egal die sind jetzt geschichte und jetzt ist es so dass man natürlich neuen vorstand für die finanzen sucht den stehen bergen der geht ja schon zum 7 mai das wird vom niegemann übernommen der ist dann für die finanzen zuständig und niegemann ist ja auch der jurist der glaube ich zuständig ist für die verhandlungen wenn es um ufo und so weiter geht um die tarifverträge und wer auch neu kommt das ist ja dieter franks der ist ja von der swiss und damit wird die swiss auch wieder frei da kann es neuen vorstand geben quasi harry hohmeister dann der franks also die leute gehen da alle rein und dann kommt natürlich die dame von airbus reuss reuss ich muss den namen wieder ablesen wo haben wir es grazia vita die na ich hoffe ich spreche das richtig aus ich sage jetzt so kokett der ersatz für die missglückte übernahme weil es sieht mit ita schlecht aus glaube ich aber wollen wir noch nicht den abgesang machen weil auf jeden fall ist es so die probleme sind natürlich da dass wenn sie das resort technik und it übernimmt dass es dort riesen probleme gibt weil die it ist ein riesen ja ich hätte jetzt fast was gesagt aber es ist halt so dass es dort möglichen problemen gibt weil es dort so viele verschiedene systeme gibt und teilweise auch so als mit schnittstellen und so weiter dass man da halt wirklich viele probleme hat und ich bin mal gespannt wie das funktioniert und ich bin auch mal gespannt wie übrigens christina förster das abgang fällt mir gerade ein auch mit dem neuen status ist vielleicht ist man damit gar nicht mehr so happy dass das jetzt so läuft also da bin ich mal wirklich gespannt und der aussichtsrat hat halt das jetzt wirklich so radikal gemacht um carsten sport zu sagen carsten s aus m namen der reaktion bekannt nicht geändert 20 28 schluss mit lustig bei dir bauen nachfolger aus und ein zitat was ich euch geben möchte ist die interaktion mit unseren kunden investoren partnern aber auch die zusammenarbeit innerhalb der lufthansa gruppe verlangen mehr denn je ein ausgeprägtes team verständnis und das lässt ja tief blicken also das heißt dass diese ganzen bereiche nicht zusammen operiert haben man hat ja vielleicht gegeneinander gearbeitet man hat ja quasi nicht dem team gedanken habt sondern den alten deutschen gedanken vom team toll ein anderer macht ich weiß es nicht also es klingt auch danach dass man sich da nicht mehr anscheinend ganz grün war und da muss man halt wirklich auch kopf ab und neu orientieren ich bin mal gespannt wie das alles dann wird und ich bin mal freundlich überrascht ob uns die leute dann da auch positiv überraschen oder ob wir weiter als zitronen gehen und vielleicht wird die kundenbildung vielleicht wird das lufthansa produkt auch wesentlich besser und wir haben wieder mehr freude beim fliegen und hoffen wir nicht dass das passiert weil ich beim meilen mittwoch gesagt habe dass die bei der lufthansa vielleicht das american airlines ding machen also schaut die folge das ist spannend gut dann haben wir jetzt das nächste thema und zwar oder das hat aber da habe ich aber lange weil ich habe die frage des tages übrigens auch verpasst dass die gleiche frage von gestern er könnte mich direkt sagen was sind die größten baustein bei der lufthansa welche themen muss der vorstand sofort angehen sind das die themen die ich genannt habe oder seid ihr da anderer meinung ich würde es noch mal in die diskussion werfen weil es doch durchaus interessante gespräche dazu gab jetzt aber zu den dreamliner mit den rekordgeschwindigkeiten und da hat ein dreamliner den rekord gemacht und zwar das war eine 787 10 von united war es übrigens von nuac nach lissabon und die hatte ein höchsttempo 1344 km h und da muss man natürlich sagen das ist krass aber dann kam in amerikan airlines die war dann schneller die flug 1344 km h als ua 64 von wo war das wo ist denn hin geflogen das war nuac lissabon das was ich meinte das war von philadelphia nach doha mit der 787 strich also auch wieder eine 787 und die ist mit 1352 geflogen und 1290 schallgeschwindigkeit aber die schallgeschwindigkeit ist ja bei einer temperatur von 20 grad und auf der meereshöhe also das ist dann bei 1235 km h und wenn man das auf meereshöhe hat dann hat man schallgeschwindigkeit warum sind die flugzeuge so schnell weil ihr müsst euch überlegen ihr habt ja die erde und da ist das flugzeug dann und das flugzeug fliegt und das bewegt sich in einem luftpaket und das flugzeug fliegt da so mit 900 km h durch die gegend sagen wir jetzt einfach mal 900 irgendwas 900 bisschen mit 800 also 800 je nach modell so und dann passiert folgendes und zwar das folgende was passiert ist das luftpaket selber weil man rückenwind hat bewegt sich dann noch mal schneller weil wenn man rückenwind hat addieren sich die geschwindigkeiten also man hat einmal den geschwindigkeitsvektor von flugzeug geschwindigkeitsvektor vom wind und die werden dann einfach addiert hätte man gegenwind oder eine gegenwind komponente wenn er 100 prozent drauf geht müsste man den genau 100 prozent abziehen oder wenn er von der seite kommt dann halt anteilig abziehen so jetzt gehen wir einfach mal davon aus es gibt rückenwind und dann muss man den rückenwind darauf addieren heißt also dass man dort hohe wind geschwindigkeiten hatte und diese hohen wind geschwindigkeiten haben dann natürlich relativ zur erde gesehen diese geschwindigkeiten erhöht ich hoffe dass wir jetzt verständlich wenn es nicht verstanden fragt mich doch mal also im prinzip dieses luftpaket ist die addierte geschwindigkeit aus dem rückenwind und der geschwindigkeit des flugzeugs in relation zum boden aber das flugzeug selber bewegt sich in dem luftpaket natürlich nicht im überschallbereich weil damit wäre es natürlich out of performance envelope würde dann quasi teile verlieren das wäre nicht so aber innerhalb des luftpakets die genaue geschwindigkeit aber relativ zur erde halt durch die addition der beiden vektoren geschwindigkeit flugzeug und wind da dann die geschwindigkeit und ursache ist natürlich ein luftstrom der von florida über den nordatlantik weht und da richtig für wind sorgt und damit ist es so dass man zum beispiel den höchsten wert bei wetterballon gemessen hat er lag bei nur drei kilometern über der aktuellen marke und das waren wind geschwindigkeiten von 426 km h und dann könnt ihr halt ausrechnen wenn man sagt 426 km h und die ist 3352 geflogen dann können wir da einfach mal schlanke 400 abziehen sind wir bei 952 dann 26 also sind wir bei den 920 das was das flugzeug normal fliegt piloten berechnung geschwindigkeit für anfänger ich hoffe ich habe das so untergebrochen aber ich finde es halt spannend dass das so ist wir haben dann beim eierfranken noch ein vorkommnis gehabt dass bei denen ja farbe auf der trippe 7 aufgebracht worden ist ich möchte euch das bild vielleicht gar nicht vorenthalten damit ihr das mal seht damit ihr auch mal noch mal in erinnerung habt was da passiert ist und zwar ist das dieses bild hier von greenpeace das gebe ich euch hier auf den auf die augen und da seht ihr dass da hat man halt den flieger mit der farbe bespritzt beziehungsweise ja versaubeutelt also das sieht ja ob ultra hässlich aus und das war im märz 20 21 und da sind die aktivisten im alter von 22 und 59 jahren auf das vorfeld gerannt und haben das also quasi so gemacht jetzt gab es ein gerichtsurteil der schaden waren nur 60.000 euro weil das flugzeug muss natürlich danach gecheckt werden und so weiter es musste die maintenance die farbe musste abgemacht werden aber das wurde von der versicherung bezahlt der franz hat immer gesagt wir möchten einen euro haben und das gericht hat entschieden ja weil der flieger drei tage am boden geblieben ist und so weiter ist es so dass ein strafverfahren eingeleitet worden deswegen behinderung des luftverkehrs und man wollte auch eine dna-probe haben aber da haben die sich geweigert und deshalb gibt es auch eine wie nennt man so etwas trespassing bzw dürfen den flughafen nicht mehr betreten ja und zwar ist das so der zweite prozess fand jetzt statt am donnerstag und das urteil ist laut le parisien dass man 700 euro für die tatpersonen ohne vorstrafen und zwischen 80 und 120 tagen setzte zu zehn euro für die tatpersonen die bereits zuvor auch wegen diesen zivilen ungehorsams aktionen verknackt worden sind aber und top haben sie jetzt bekommen drei jahre lang dürfen sie nicht mehr das gelände vom pariser flughäfen betreten einmal schade goal le bourget damit ist das natürlich ein problem wenn man den urlaub fliegen will weil wir hatten ja bei uns wetterleute wetter sei schon klima aktivisten ja wetter aktivisten klima aktivisten die sind ja dann nach brasilien urlaub gefahren oder wo das war nur teil land ich weiß es nicht mehr das wäre dann verboten das geht dann nicht mehr also da wurde dann vollgas gegeben im urteil die lustigen leute von 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 gps haben natürlich einspruch erhoben weil das geht ja gar nicht dass man den flughafen nicht mehr betreten darf also sowas wollen wir dann nicht machen naja fand ich jetzt auch nicht in irgendeiner art und weise ungewöhnlich dass man den flughafen zutritt verweigert also ich würde da jetzt gar nicht verhandeln ich will einfach sagen okay das flughafen ist hat pech gehabt dumm gelaufen ihr könnt ja schreiben was er dazu denkt musste gerade überlegen weil ich nämlich schon gedanklich beim nächsten thema war und das ist swiss attitude oder altitude das ist das wasser von der swiss was er mit viel tamtam hier auf uns übergegossen wurde in anführungsstrichen hier ich möchte gar nicht mehr wissen was man da alles zu erzählt hat das ist ja diese flasche altitude 1051 weil die quelle auf 1051 meter über dem msl also den meeresspiegel liegt und jetzt ist da wieder ende das war ein wasser von ramsa ja die quelle weiß ich gar nicht habe ich die quelle noch mal die quelle war elm im kanton glarus also gar nicht mal so weit aber jetzt hat man eine marke gefunden die wesentlich besser zur swiss ops warte warum hat er das jetzt nicht weg gemacht warte ich habe das bild verpasst so zack das war falsch so dann gucken wir mal dass wir das hier wieder handel so jetzt haben wir es richtig das bild hat er gesehen was ich an an daten für euch rüber kopieren und zwar hat man da jetzt das weiser wasser genommen weil die das gewonnen haben natürlich sind das trotzdem pt flaschen die wiederverwendet werden interessant an der geschichte ist natürlich dass man hier bei dem preis sich hat umstimmen lassen wasserflaschen gibt es halbe liter 1,5 liter und auf premium economy und economy auf kurzstrecke gibt es auch 0,33 und weiser ist eine der bekanntesten marken in der schweiz hat aber in meinen augen einen malus und zwar der malus ist es gehört zu coca cola also zu einem riesen internationalen konzern also hier von euch auch noch mal meinung gefragt ob ihr das findet dass das gut ist ich finde das im vergleich natürlich dazu dass man bei den freunden von lufthansa dänisches wasser nimmt besser dass man schweizer wasser nimmt als schweizer unternehmen dass man hier auch wieder den umweltschutz raus betont finde ich eigentlich selbstredend dass man das eigentlich heutzutage immer wieder im hinterkopf haben muss umweltschutz gerade als eine fluggesellschaft also ich bin mal gespannt was da uns dann wieder erwartet mit dem weiser wasser wenn das vorbei ist vielleicht kommt dann altitude wieder also wer von euch eine flasche hat stellt es wie die elizabeth flasche in die vitrine als und es gab glaube ich eine promotion flasche 20 25 jahre die gab es doch auch ne also so eine sonderedition die wir auch was für die vitrine das letzte thema was wir heute haben in der heutigen sendung ist das thema lufthansa bietet 48 stunden preisgarantie gegen zahlung da fällt mir doch mein receiver runter müssen wir mal hochheben hier ihr seht das mal da ist es so dass man jetzt gegen geld sich den preis sichern kann das war vorher bei b2b kunden nur möglich und bei direkt kunden jetzt ist es so dass man den preis sichern kann der aufpreis für 48 stunden fängt bei 7 euro an pro ticket und wird dann natürlich teurer muss auch mit kreditkarte zeit wird wird nicht rückerstattet und ganz wichtig ist auch an dieser stelle dass man das weiß aber es gibt ja den alten trick wenn ihr also der sinn ist dass man jetzt zum beispiel mit freunden wenn man mit freunden noch mal gucken will ob ich wirklich fliege dass man sagt hey aber warum ihr das macht ist so dass man diese preisgarantie und lufthansa gruppe schreibt ich zitiere gibt die freiheit noch einmal nachzudenken nachzufragen gemeinsam zu planen braucht ihr doch gar nicht wer braucht achten wir schon da kannst du innerhalb von 24 stunden machen ihr kauft das ticket wenn das grobe klar ist weil ihr könnt ihr innerhalb von 24 stunden sogar ein bisschen mehr also am folgetag im laufe des tages stornieren und dann kommen keine kostenarbeit zu zumal man natürlich da sagen muss dass diese neue funktion kostenpflichtig ist und das geld nicht angerechnet wird heißt also wenn ihr das ticket nicht kauft kommt das geld logischerweise nicht zurück aber auch wenn wir das ticket kaufen würde wird das nicht abgezogen und das fände ich wäre eine funktion die wesentlich geiler wäre also an dieser stelle hier wieder danke dass er bei frequent traveler tv vorbeigeschaut habt ich habe die frisch gepresste sendung für euch abgearbeitet denkt dran den kanal zu abonnieren die glocke anzumachen like dazu lassen und vor allem auch mit kanalmitgliedschaft und stammtisch tali wochenende da ist es ich habe dann nachricht dann schicke ich euch gerne google doc wenn ihr informationen haben wollt also viel spaß bis dann schön mit ich bin jetzt raus aber es gibt für euch vorher noch der abspann nicht fast vergessen also bis dann und morgen wieder noch ein paar malen